So, ja Inventar erstmal leer machen, das, 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 achso die Axt lege ich wieder in die Holzkiste rein, da kannst du ja... Mir reicht erstmal Farm. Ja gut, die braucht auch noch 1830 XP bis zum nächsten Modifier frei. Wegen Dingsbums. Du weißt schon was ich meine. Tierloot sollte unter Mobloot kommen, da rein. Warum auch immer ich einen Goldhelm im Inventar habe. Das, 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 das kommt alles da rein. Die Spruce-Fans brauche ich später noch. Oh Mann ey. So. Jo, dann. Ich glaube Erze reicht für heute. Definitiv. Hol doch gleich die ersten in den Crusher rein. Tue ich immer schon. Weil die Schmelze hat auch schon wieder durchgerubbelt. Genau, Questbuch. Ähm. Wo antraust du dich heute? Äh. Wo hast du den Item Repair schon fertig? Ich bin ja die ganze Zeit mit dem Dill unterwegs, warum brauche ich den? Naja toll, das sollte doch in der Aufnahme passieren. Darko, Darko. Nicht drangehalten. Dafür kriegst du jetzt von mir Kack zugeworfen. Da war aber Aufnahme an. Das war Timelapse, oder? Das kann ich bei dir echt nicht unterscheiden, wenn du Timelapse oder Video aufnimmst. So, dann kümmere ich mich jetzt mal um den Shipping Bin, denn dazu brauchte ich ja Essen. Hm. Seewheat, Kiwi, Garlic und Kaktusfrucht. Was ist das überhaupt, oder wofür braucht man das? Das ist Pam's Harvestcraft Essen. Ne, ich mein Shipping Bin. Äh, das ist auch wieder so eine Quest. Dass das eine Quest ist, ist mir klar, aber wofür braucht man den Kaktus? Keine Ahnung. Das ist aber die letzte Quest hier bei uns. Wie, danach haben wir das Projekt durch? Ne, die erste Questreihe wäre dann fast durch, da fehlt nur noch die Slingshot, aber da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Und Jabba the Blue. Naja Gott, das mach ich auch nicht. Item Bevel? Bevel Hammer? Bevel Painter? Ja, guck's dir einfach mal an, das Rezept. Okay, dann nicht. Also Kiwi brauche ich. Seewheat und... Gott, was war das andere? Garlic. Ähm, ich muss mir mal ganz kurz Dings hier reinholen. Eine Kaktusfrucht, die haben wir nämlich schon. Da gehen jetzt die letzten drei Emeralds hier drauf. Läuft. Ich guck nämlich nie die ganzen Pflanzen draußen nach. Geht doch schnell, einfach unten in die Suchleiste jetzt eingeben, was du suchst. Ne, äh, dir wird ja nicht gezeigt, aus welchen Dings du das da rauskriegst. Was? Ich brauche doch die Samen von der Kiwi Pflanze, vom Garlic und von dem anderen Dings. So, die Samen kriegst du aus diesen Pflanzen, die hier überall wachsen. Dir wird aber bei Jai nicht angezeigt. Ne, ich meine, ob du in deiner Pflanzenkrise erstmal danach geschaut hast. Hab ich nicht. Ob wir die schon vielleicht haben? Ne, die haben wir noch nicht. Da hab ich das letzte Mal schon nachgeguckt. Und Kaktus zum Beispiel findest du in der Wüstenpflanze? Kaktus hab ich schon. Kaktus hab ich schon. Okay, bei dir hättest du in der Wüstenpflanze gefunden, das weiß ich. So, hier haben wir jetzt einmal Garlik. Jetzt brauche ich noch Seeweed und Kiwi. Seeweed haben wir hier, die haben wir jetzt auch einmal. Komm, Kiwi, tauch bitte auf. Bitte. Heik, abverzweifeln. Ich bin jetzt schon mal in den Vanilla Seeds. He? Jetzt bin ich schon mal in den Bäumen. Warte mal, Kiwi ist doch ein Baum, oder? Kiwi ist kein Baum. Nein. Nein. Also in echt ist es ein Baum, aber hier ist es. Hier, Kiwisit, das zweite. Das zweite einfach, wenn du es öffnest. Warte. Spinat, Kiwi, da haben wir sie. Hehehe. Dann kann ich draußen aber gleich noch ein bisschen mehr anpflanzen. Aber stimmt irgendwie, ein echtes Kiwi, ähm, ein Baum. Ja, hier anscheinend nicht. Ähm. Oh, Garlik, Siezer Meier, doch schon gehabt. Meinte ich doch alles. Egal. Doppelt hält besser. Kutong. 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 Wir haben zweimal Kutong Seeds, aber unterschiedlich. Läuft. Radieschen. Leak. Tee. Kutong. Kannola. Kannola werden wir bestimmt erstmal nicht brauchen. Jo. Dann. Erstmal das hier. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Drei, vier. Schön, dass der Koscher nicht mal mehr Sounds macht. Das ist auch im Singleplayer so, der hört gerne mal öfter mit. Ist auch gut so. Jetzt halte er mir ja die Ohren ab. So, zwei davon, zwei davon, eine davon, eine davon, zwei 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 davon. Davon haben wir noch eine, davon haben wir noch eine, zwei, 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 zwei. Kommen gleich wieder. Ja, zwei, 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 zwei. 2, 1, nochmal den Rest Reis hin. So, dann brauche ich nochmal Wasser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und die ist kaputt. Reis brauchen wir auch nicht mehr. Ach komm schon. So, dann 1, 2, 3, 4, die setzen wir hier hinten hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, D Und hier raus können wir dann Brot machen. Nice. Ja, ich muss den Ausstieg noch bauen. So, hier raus gibt es dann Brot. Und dann wäre ich erst mal fertig soweit. Hast du eigentlich mal geschaut, ob die gefickt haben? Nee, wie gesagt, die hat nur 5 Brot. Es braucht jeder 4 Brot im Inventar. Da geht das leider noch nicht. Und Brot kannst du ja nur aus Barley herstellen. Aus Teig also? Oder was ist das? Nee, Barley ist das andere, was auch aussieht wie Weed. Nee, Brot kannst du aus Barley und Teig machen. Ja, im Teig machst du dann wiederum aus Weed und das ist ganz echt der Prozess, das ist mir da zu blöd. Ja, aber es geht auf dieses Barley von Pant. Es geht weiter. So, die anderen Seeds lasse ich noch da drin. Die habe ich noch nicht angepflanzt. Brauchen wir vorerst auch nicht. Aber ich habe das nächste Brot für die Knallköppe. Wieder 5 Stück. Ja, ihr seid wieder da hinten in eurer Höhle, ich wees. So. Jetzt. Jetzt. Da schießt du jetzt gerade irgendwo hoch? Ne, ich habe einen Schneeball geschossen. So. So, jetzt muss ich drauf. Achso, wir haben doch noch Bonemeal, oder? Oder, 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 oder? Da hat das Deutsch, die ich ums kann. Ja, da oben rechts. Stimmt, du hast ja umgeräumt. Ich gucke immer wieder hier rein. Oh, Eis ist gut. Kann ich Eis herstellen? Wir brauchen bald einen Schneemann. Für was? Ähm, Eis. Ja, so viel brauchen wir Eis. Um neues Essen herzustellen. Ja komm, Abwechslung ist immer gut. Das wollte ich schon mal mal nachschauen. So, das. Das. Wofür braucht man diesen Schlagscheiß später jemals wieder? Und das. Das kommt einmal noch da hin. Das war die Kiwi. Die kommt noch einmal da hin. Okay, das ist glaube ich aber auch nur in diesem Nordplex so, dass man für Schlagsche irgendwas machen kann, was Wichtiges. Mag sein. Ich... Ja, hast du Schlagsche für sonst irgendwas wiederverwendet? Ich glaube, ich habe die nie gebraucht für irgendwas. Ja, genau. So, einmal das, das und das. Jetzt kann ich den Hopper ja hier oben wieder abbauen. So, einmal das, einmal das. Ach, setzt doch über den Crusher einen Hopper und eine Kiste drauf. Und mach dort alles rein. Stimmt, könnte ich auch. Und jetzt brauche ich einen... Immersive Block. Danke. Oh. Ich sollte den noch draufsetzen und nicht daneben. Oh. Hä? Stopp mal. Oh. Fick dich, ich brauche eine Silberkiste dafür. Willst du mich verarschen? Waschen? Nö. Ähh... Brauche ich wieder... Eisen... Silber... Kupfer... Das Hammer... Das Hammer... Das Hammer... Ach, das war auch nicht Sinn und fängt das Ganze. Entschuldigung. Das Hammer... Guck mal, ich habe mich verklickt. Ja, gut. Ich bin ausgerutscht. Das da und... Wo ist die Kiste? Das Hammer... Und jetzt macht's gleich... Oder auch nicht... Es kommen keine Strahlen. Ähm. Wie soll ich das mit dem Hopper machen? Ich kann den da nirgendswo draufsetzen. Logischerweise. Doch, doch, werfen wir her. Na da. Nee, 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 nee. Normalerweise geht er nämlich hier in die Mitte drauf. Hatte ich versucht. Aha. Hä? Geht doch in die... Ist das überhaupt ein... Ist das eine Hoppe aus Kiste und Loks? Hast du den gebaut, ne? Ja. Hey, das muss doch gehen. Das ging doch mit dem Singleplayer genauso. So geht der da rein. Au. So, ich mach ihn einfach an die Seite. Das stört nicht. Hä? Äh... Hä? Der ging doch sonst immer mittig drauf? Weil hier, äh... Ich weiß nicht, ob das hier geht. Doch. Ja, dann... Machen wir's dort hin. Sieht zwar ein bisschen kacke aus. Oh, Mann. Das, das, das... Das Essen kommt da rein. Ach so, die Inn-Aufgabe ist fertig. Und was kriege ich? Bacon-Mushroom-Burger. Wollte ich schon immer haben. Ich hasse Pilze abgrundtief. Vielleicht auch. Wow. Aber die geben ganz schön viel Hunger. Äh, ja auch nicht. Ah, danke. Nicht so gut. So, dann wäre das soweit ja schon nochmal erledigt. Das Jabba-Dabba-Dur... Das überlasse ich dir. Jabba-Dabba-Dur. Jabba-Dabba-Dur. Okay. Ach so, nee, nee, das mach ich nicht. Warum? Meinst du ja, dass er so nervig sei? Ja, guck dir einfach das Rezept an. Haben wir noch Bronze. Nice. Blazing Elektronen-Tür. Paar mal bestimmt nicht. Greenhouse, D, Humphi, Rumpumpum. Oder da raus. Fülle und Redstone. Und... Und... Ich hab ein Problem. Da ist das. Äh... Kann man da dreicht aus? Äh? Mach ich doch gerade richtig. Im Thermonic Fabricator. Arbeitet der hier auch? Ach so. Hä? Da fehlt doch jetzt ein Blaze. Ohhhhhhh. Jetzt. Danke. Und... Kohleblöcke brauche ich. Und das wird hier drin gemacht. Nice. Nummer eins. Und... Empowered Diamond Crystals. Und Bronze Gia. Yay! Wir haben keine Bronze mehr. Äh... Hä? Wieso Bronze Inget? Wieso sehen die unterschiedlich aus? Unterschiedliche Mods. Ist ja dämlich. So... Bronze. Drei Copper. Ein Tin. Was machst du überhaupt jetzt? Ähm... Steampunk Mist. Steampunk Mist? Dritte Seite. Bei dem Questbuch. Also... Na gut. Und dann mache ich mit Factory weiter. Äh... Also Immersive Sachen. Wolltest du ja sowieso machen. Also... Immer hau raus. Machst du jetzt das oder sag ich jetzt? Du sollst Immersive das Factory machen. Da gab es eine Batterie. Hier gibt's... Wow! Melonjuice. Hab ich schon in meinem Rucksack. Brauche ich nicht mehr. Was ist hier grad drinne? Eisen. Gut. Pausier ich mal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche hier. Ich brauche die Gear. Ich brauche die Gear. Haha! Scramed! Und dann Empowered Diamond Crystals. Haben wir da noch einen? Nein. Haben wir noch Dears? Ja. Hab ich auch normal damit... Ich mache da gleich mal Empowered Blöcke hier. Ich habe nämlich frisch einiges gefarmt an Bias. Und zwar 5 Stück werde ich dann gleich mal anfertigen. Oh, da geht das wieder los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020